Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich war vor kurzem mit meinem Vater Panzerfahren. Denn wir haben auf dem Stream gedacht, hey, wir zocken World of Tanks. Und ihr bekommt heute ein wundervolles Highlight davon. Es ist einfach, mit meinem Vater zocken ist einfach insane. Und ich habe sogar auf euren Rat gehört und mit meinem eigenen Account gespielt. Und es spielt sich tausendmal angenehmer dadurch, okay? Und wenn ihr selbst Bock habt, World of Tanks zu spielen und noch keinen Account habt, dann schaut einfach in die Beschreibung. Denn da habe ich nämlich einen White Code, da könnt ihr auch einfach draufklicken. Und startet quasi mit 1, 2 Boni. Na, ihr bekommt einen russischen Tank. Das ist nie schlecht. Außerdem 500 Gold, 7 Premium Tage. Naja, und zusätzlich noch ein paar Booster und Consumer Boots. Dupte ich da auf jeden Fall gerne aus. Und nun, viel Spaß mit meinem Vater und mir beim Panzerfahren. Nein! Scheiße. Ich schieße halt einmal, treffe mich ins den Tod. Oh, das ist halt kacke. Werde hier gesehen, was in dem Game ist halt. Hala. Ja, fein ist halt. Scheiße. Oh. Oh Gott, da habe ich mich geschreit. Leute, die Russen sind los. Oh. Es kann sein, dass das kurze Games werden. Okay, müsst ihr da denken, Leute. World of Tanks ist ein... ...brutales Geduldsspiel. Wer nach vorne fährt, verliert. Das habe ich gelernt in den ersten 20 Games. Da hinten ist... Oh, da. Den treffe ich. Nicht. Okay. Also Schuss und abhauen, weil dann kommt gleich... ...de Antworten. Oh Gott. Au. Au. Hast du was abgekriegt? Ja, das ist von oben, glaube ich. Aber wir müssen aufpassen, diese von rechts. Ja. Der uns versucht, um zu flanken. Wo bist du? Ich bin noch ein bisschen hier weiter weg, weil ich wurde ja gerade nicht sehen. Komm zu mir, äh, mit mir. Okay. Weil er versucht, uns von... ...hinter zu erwischen. Ich folge dir. Commander Markov. Oh. Das ist auch weise Entscheidung. Ich habe zwar nicht dem Panzer gedient, aber wir haben den Panzer beschützt. Warst du uns in so einer Flak-Bataillon oder sowas? Ja, ja. Und wir waren quasi für eine Panzerbrigade zuständig, um die zu schützen. Oh, 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 oh. Das war schmerzlich. Normalerweise, wer schwächere Nerven hat. Ja, ich? Ich will ja sofort rein. Das Problem ist halt, man darf halt hier nicht rein. Achso, du bist noch voll gesund. Dort siehst du diese Schnelle schon wieder. Ah, verfickte Scheiße. Du musst ihn, äh, fangen. Und danach abschießen. Doch, jetzt. Jetzt kommt doch, Fadi. It's our time. Okay, ich mache übel wenig Schaden. Ich mache lächerlich wenig Schaden. Er hat aber abgekriegt, ist von mir, ganz schön. Der guckt aber zu uns, ne? Wenn er zu uns guckt, ist es over. So, jetzt. Okay, er hat geschossen, er hat geschossen. Hat er dich getrunken? Ja, jetzt kannst du ihn erledigen. Okay, ich mache aber null Damage. Er macht 150. Ja. Ich bin jetzt sechsmal geblieben. Aber er ist jetzt down, okay. Ja. Hier. Hier ist er. Ich klicke. Er hat wenig Leben, aber unwahrscheinlich schnell. Scheiße, okay, ich habe ihm seine Ketten kaputt gemacht. Ja. Ah, okay, okay. Er wurde, er wurde KS't, aber das ist okay, ich lebe noch. Ja, ne, das ist okay. Aber, ne, 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 töd ich, töd ich, töd ich, töd ich. Seifst du? Scheiße, wie ist denn der ganze vorbei? Alter, Fadi, 100% Winrate. Ne, siehst du? Wir haben doch geschafft. Wow, dreimal Maxi. Also, ne, dreimal, das ist unsere Team. Ich hab drei Treffer gemacht. Ich hab gedacht, wir haben sechs abgeschossen. Mal sehen, was jetzt hier passiert. Das ist Karelien. Das ist nicht weit von deinem Geburtstort. Klar. Das sind auf jeden Fall Zusatzinfos, meine Damen und Herren. Die bekommt ihr einfach hier for free. Ich könnte natürlich dich jetzt aus Versehen treffen, Reilly. Du bist... Hast du überhaupt mitgekämpft? Ich hab einmal getroffen. Ich hab einmal getroffen. Den Lasted krieg ich. Jawoll. Nein, hab ich nicht bekommen. Was? Toll. 100% Win-Rate. Immer noch. Leute. Du kannst heute gut trainieren, oder? Ja, ich hab heute wirklich die ganze Zeit trainiert. Das ist das Schlimmste. Ich will halt, dass mein... Stasi, Serzan, Ipatov... Dass der weit sehen kann. Oh, wow, wow. Jetzt wird interessant, Max. Jetzt sind wir die Coolen, ne? Ja, ja. Jetzt sind wir die Coolen. Das ist die, die nach vorne gehen sollen. Und was alle aushalten. Okay. Okay, ich durfte jetzt auch einmal einen töten. Oder nicht töten, sondern ja... Treffen. Ah, boah, 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 boah. Okay, okay, das war's. Oder? So, einer ist fast tot. Ah, ich hab nur noch einen HP oder so. Okay. Oh Gott. Ich, ich bin raus. Sehr gut. Nein, wir haben uns dabei gewonnen. Immer mit Geduld. Wir haben sehr gute Position. Wir können anderen helfen. So, 1-0 für mich. Sehr gut. Oh, der Atelier hat den anderen getroffen. Und ich wurde verfehlt. Oh, ich hab aber nur Glück. Okay, Fatih. Da ist immer noch einer. Aber der ist übel weit hinten. Mhm. Oh, mein Gott. Hab ich mich erschreckt. Alter. Scheiße. Ich hab halt die Sounds hier oft töten, Leute. Ich seh jetzt aber... Ich hab die... Oh, er ist da. Das ist zwei sogar. Okay, einer. Ja, der muss auf die andere Seite. Weil die haben beide jetzt geschossen. Was du denn? Oh, der soll die schlau. Ich erledige ihn. Ja, mach das bitte. Meine Kette ist kaputt. Oh, fuck. Oh, ich hatte die reparieren. Können wir nicht halt. Stür ihn fertig, ne? Ah, der ist die besten Spieler. Wir haben beide erledigt. Oh, scheiße. Das hätte ich auch noch überlebt, ey. Ich hätte wirklich die Kette reparieren müssen. Ich dachte, das ist eh egal. Oh, hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Der hat schon geschossen. Oh, jetzt hab ich zweimal verfehlt, ey. Das ist scheiße. Oh Gott, du hast halt so viel Glück. Der letzte ist auch noch abgeprallt gerade. Oh, der sieht deine Ecke. Genau. Boah, der ist schon wieder abgeprallt. Alter, geh, geh, Leute. Das war aber das Spiel jetzt. Weil du kommst von oben. Was war das? Ja, und ich habe beide erledigt. Oh, den muss jetzt treffen. One-Shot. Okay. Ich habe ihn getroffen, aber... Oh, warte, 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 der hat verfehlt, der hat verfehlt. Ah, scheiße. Nee. Ich habe ihn erwischt, sie hat nur 110. Ja. Aber die Artillerien, das sind die Letzten, die noch leben. Okay, Max, wir haben uns ziemlich teuer verkauft. Also das ist ein brutales Schlachtfeld hier. Ich habe zwar wieder keinen getötet, aber du hast zwei. Wir haben trotzdem die meisten killt. Also du. Das haben wir zusammen geschafft. Und jetzt schon wieder in unserer Heimat. Tundra. Tundra. Jetzt kommt direkter und direkter. Das ist jetzt richtig, dort wo du geboren warst. Im Tagebau. Ja, im Tagebau. In Taiga. Sag mal so. Tiefe Taiga. Mir hat 6. Sein Maid klingt wie einer aus der Roten Armee. Das ist mein Vater, Leute. Er war in der Roten Armee. Ja. In Kaliningrad. Königsberg. Dort haben wir gelegt. Oh, 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 oh. Abhauen, Abhauen, Abhauen. Ich will das Haus. Du fährst in Freie. Du musst verstecken. Boah, Alter. Das erschreckt mich jedes Mal so hart. Ein Horror-Game ist das so ein bisschen. Au. Wander, ich sage dir richtig abhauen. Au. Aber es kommt ja von hier. Oh Gott. Oh Gott. Leidet, ist ja wie im Krieg. Au. Brennen, Brennen, Brennen. Feuerlöscher. Boah, nee, ich werde da einfach. Ich scheiß. Nee, Mann, du bist auf Reisstelle gefahren. Mein Gott. Ja, aber ich stand ja hinterm Haus, aber auch nicht. Warte, ich weiß nicht, ob wir so weit nach vorne fahren. Aber du kennst dich in Paris anscheinend aus. Ich war dort ein paar Mal. Aber nicht mit Panzer. Aber nicht mit Panzer. Gott sei Dank. Bist du dabei? Okay. Ich bin dabei, aber ich habe große Zweifel. Die schießen, die wissen nicht, wo wir sind. Ich glaube, die Artillerie schießt gleich von oben runter. Siehste? Oh, oh. Warte. Ich kann dem Graben nicht vertrauen. Oh ja. Oh Gott, hau ab. Echt? Feindlegen. Oh mein Gott. Siehst du? Was siehst du? Wir machen uns schon unsere Aufgabe. Was für eine Aufgabe? Wir fressen Schaden. Nee, nee, wir haben schon vier abgeschossen. Dicker Max, da ist er. Da ist er. Da ist er. Vater, wir schießen gleichzeitig. Okay? Scheiße. One of these things. Just do it. Du musst mehr schießen. Leute, was sind das für Tipps? Hm? Hallo. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wie kann ich ein D nicht angekratzt haben, hm? Oh. Hast du das gemacht? Ja, ich habe ihn in seinen Arsch geschossen. Ach so. Dann kannst du Terror Vision zu dritt. Au. 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 Aber nicht die Terror Vision lassen, eh. Das war's. Oh, Mann. 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 Die ganze Flanke ist nun hier völlig frei. Es sind einfach 5 hier. Bleib wie gesagt dort stehen und versuch mal alles erwischen was vor der Lupe kommt. Alles was vor die Lupe kommt. So. Na gut. Bisher will keiner für meine Lupe Leute. Oh oh oh. Da ist einer. Ach komm. Jetzt hat der Obdeklick von mir. Ich bin einfach scheiße. Ich brauch keine Geduld zu erzählen so lange. Kann ich einfach bisschen Glück haben. Nein den hab ich getroffen und ich war angepasst. Komm jetzt. Jetzt hab ich das. Ich spanne ihn jetzt einfach zu. Oh ich mach jetzt ohne Gerung. Alter du bist mich doch verarscht. Das ist viel zu lang. Bist du ungeduldig. Ne ich ich. Ne okay. Fahr Clipper runter. Ganz langsam aber langsam. Fahr. Oh. Fünf. Eins. Sorry. Du mit einer Krippe. Ich hab einen zweiten vergessen. Ich hab gesagt bei dir sechster Sinn. Musst du eigentlich dich beschützen. Der ist ja noch nicht ausgebildet. Der braucht ja seine 70% noch. So. Das wars schon. Ich hoffe das ganze hat euch gefallen. Schaut nochmal in die Beschreibung und habt noch einen schönen Tag. Tschüss. 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 Tschüss.